GZSZ, Vorschaufolge 7759 Moritz wird seinen Erpresser los, aber verliert gleichzeitig Luis, während gerne Yvonne an ihrem Geburtstag feiern lässt und auf seine Hochzeitsüberraschung verzichtet. Moritz hat es endlich geschafft, seinen Erpresser frei loszuwerden und ist erleichtert, dass er endlich wieder frei ist. Doch zu seiner großen Überraschung macht Luis ausgerechnet dann mit ihm Schluss, als er ihm eine romantische Überraschung bereitet. Moritz ist völlig arglos und versteht die Welt nicht mehr. Hat er Luis etwa verloren? Währenddessen plant Gerner eine Überraschung für Yvonne zum Hochzeitstag. Doch als er sieht, wie viel Spaß sie mit Tobias an ihrem Geburtstag hat, entscheidet er sich, auf seine Überraschung zu verzichten und Yvonne ihren Spaß zu lassen. Yvonne ist glücklich und ahnt nichts von Gernas Plan. Moritz muss lernen, mit dem Verlust von Luis umzugehen, während Gerner Yvonne zeigen will, wie viel sie ihm bedeutet. Werden Moritz und Luis wieder zueinander finden? Wird Gerner seine Überraschung für Yvonne noch nachholen können? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020